Es ist ja mal die Idee, süße Sonnenwende, Pasi, toll. Ja, ich dachte, wenn wir Bürofiecher was anbeten sollten, dann die Sonne. Ich finde, ihr seid für mich ein wunderbares Team. So, jetzt ist es raus. Noch dieses Projekt, noch das, nur noch diesen Job. Die Chance kommt nie wieder. Die Chance war dann gar keine Chance, sondern nur eine Chance auf eine weitere Chance. Tanja hatte wenigstens den Mut, ihren Yannick dazwischen zu scheißen. Mama, ich suche! Thomas, was suchst du denn? Was? Ich vermisse unsere Abtreibung. Wenn ich ausgeschabt wurde, waren wir immer ein so schönes Paar. Bis zum nächsten Mal. 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 Das war's für heute. Das war's für heute.